Meine Damen und Herren, Ralf Meier ist mein Name. Ich bin Dozent an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Mit meinem Seminar Grundlagen der Besteuerung von Kommunen möchte ich Sie für das Thema Steuern sensibilisieren. Wenn Sie bisher keine oder nur wenig Berührungspunkte zum Thema Steuern hatten, dann sind Sie genau richtig. Durch die Erweiterung der Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand kommt es auch auf Sie als dezentrale Kräfte darauf an, um die Besteuerung einer Kommune ordnungsgemäß und vollständig durchzuführen. Sie erhalten einen Überblick über die Besteuerung, Sie werden sensibilisiert für das Erkennen von steuerrelevanten Tatbeständen und ich werde Ihnen darstellen, welche Funktion Sie innerhalb eines Tax Compliance Management Systems der Kommune übernehmen. Ich würde mich freuen, Sie in meinem Video-Vortrag begrüßen zu dürfen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020